servus leute wir sind zurück bei der pd gamingo hier ist der pet und wir wollen jetzt zur nächsten welt aufbringen in kingdom hearts dieser umhüllten welt hier und ja ich bin mal gespannt was das für die welt ist wo wir da hinkommen und vor allem ob das vielleicht schon die letzte welt ist weil es schaut ziemlich nach langsam richtung finale aus ok gut also ich möchte mich hier mit den herzlosen nicht anlegen mal ganz ehrlich bin weil wir unseren ja unser gummischiff nicht wirklich aufgelevelt haben ja bitte danke wo kann man was kaputt schießen ok erst mal einen fetten crash gebaut und hier könnten wir noch mal durchfliegen macht's mal gut ok ja gut und wie komme ich jetzt hier weiter ja genau danke das gefällt mir jetzt überhaupt nicht hier wie wir hier fliegen müssen ok man kann sich so nicht aussuchen ja auf jeden fall einigermaßen ok da können wir auch nicht dran fliegen ernsthaft ok äh nein hier müssen wir nicht landen verdammt das ist einig einig ok Prozent ja also ich habe exakt total die orientierung verloren und ich bin jetzt hier nett 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 nur da wo ich hin will kommt mich auf jeden fall nicht hin ja gut dann fliegen wir mal das so rum ja komm ok auf drei kann man die benutzen gut das weiß ich jetzt auch hallo jetzt komm schon wie geht es da einfach mal rein oder auch nicht ok die steuerung macht nicht das was ich gern hätte aber wir werden schon irgendwann rauskommen an dem ende wo wir wollen hoffe ich das kann sich keiner vorstellen kann man das nicht umstellen vielleicht sogar bin so diese invertierte steuerung gewöhnt wenn ich irgendwie was spiel mit fliegen und da verfranz ich mich immer total ja schön für dich ja komm so waren wir in diesem Eck schon ich weiß es nicht ja hier waren wir schon mal mit diesem schlauch komm ich da unten vielleicht noch irgendwo hin ja gut da unten schaut so aus ob wir noch nicht drin gewesen sind doch da waren wir glaube ich schon mal können wir die eigentlich zerstören können wir die eigentlich zerstören ich bin ehrlich gesagt kein fan von diesen passagen so naja gut öl für euch fuck 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 ja jetzt die frage wo wir jetzt hin sausen okay dann schauen wir schon mal anders aus wie da wo wir bis jetzt unterwegs waren hop hop ah genau da rein da rein da rein da rein da rein mir da meist mal interessieren wo ich dann eigentlich raus muss ich werde das nicht mehr lernen ja schön für die wenn ich ihn wohin teleportieren kann so die kehrtwende das kann nützlich sein wenn man es einsetzen kann oder wenn man weiß wie oder wie das dran hängt dass man es einsetzt okay ach komm komm jetzt komm jetzt dann ernst mich einfach nicht in diesen strudeln rein lassen das jetzt wirklich manchmal ich verstehe das nicht als komisch jetzt genauso genau genauso zurück wie ich gekommen bin und dann nehmen wir diese strudel hier vielleicht kommen natürlich kommen wir nicht rein vielleicht jetzt vielleicht jetzt oder auch nicht da oben geht es weiter ja vielleicht wird das heute noch was kommen ist jetzt mal ganz ehrlich bin ich einfach so schlecht im spiel oder aber ich weiß schon dass ich schlechter dem fliegen bin aber da sind aber in die röhren reinkommen jetzt wirklich das fehler vom spiel da bin ich wirklich einfach sau doof ja schön für dich okay so so wir können die markieren lassen und dann mit r1 können wir dann noch zusätzliche geschosse abfeuern okay muss dran denken dass ich hier genau meine geschosse noch benutze so da oben rechts da lade ich die waffe wieder auf schon mal nicht schlecht ist es schon barstil soweit so ich hoffe dass wir dann irgendwann einmal in dieser neuen welt dann ankommt zack 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 upgrade so langsam wird das ding hier kleiner auch der lebensbeugen hier oh wow wow oh ist ich brauner jawohl die waffe ist wieder einsatzbereit jawohl die waffe ist wieder einsatzbereit das wird sich wahrscheinlich bis zu ziehen das wird sich wahrscheinlich bis zu ziehen so so ich muss auf jeden Fall konzentriert bleiben ja genau ja ja wir haben aber schon schön schauen gemacht so ja alles jawohl spezialwaffen und action so auf die strahlen da unten oder da oben müssen eigentlich überall aufpassen dann bekommen wir hier immer wieder ein paar lebenspunkte mit dazu so läuft ja es geht langsam aufs ende zu aber das war das ende nicht langsam das war's das ist aber schön das meine freunde ist der schlüsselschwertfriedhof da bin ich mal wirklich gespannt ok